Willkommen bei den Menschenrechten. Die Menschenrechte in einer Kurzfassung. Ich werde alle 30 Menschenrechte vereinzelt in jedem einzelnen Video nochmal nennen. Aber ich sage jetzt erstmal nur den Überbegriff. Artikel 1. Also ich sage jetzt immer nur 1, 2, 3, 4. Davor muss man sich immer die Artikel vorstellen, damit es einfacher geht. 1. Alle Menschen sind frei vom Gebot an gleich und frei. 2. Niemand darf diskriminiert werden. 3. Jeder hat das Recht auf Leben. 4. Keine Sklaverei. 5. Niemand darf gefoltert werden. 6. Jeder hat das Recht, egal wo man hingeht. 7. Jeder hat das Recht, egal wo man hingeht. 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und dazu gleich die Nummer 8. 8. Jeder hat das Recht auf eine faire Behandlung. 9. Niemand darf ungerecht inhaftiert werden. 10. Jeder hat das Recht auf eine öffentliche Verhandlung. 10. Jeder ist unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen wurde. 11. Jeder hat das Recht auf ein Privatleben. 11. Jeder hat das Recht, sich frei bewegen zu dürfen. 11. Das betone ich gerade wegen Corona. 11. Weil das Menschenrecht wurde uns leider gestrichen vom Gesetz. 11. Was verboten ist. 11. Aber Merke und Co. dürfen es. 12. Recht auf Asyl ist Artikel 14. 13. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 14. Die 16. Das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. 15. Die 17. Jeder hat ein Recht auf Eigentum. 15. Die 18. Recht auf Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit. 16. Die 19. Recht auf eine freie Meinungsäußerung. 16. Die 20. Recht zur friedlichen Verhandlung. 17. Die 21. Recht zur friedlichen Verhandlung. 18. Recht auf Demokratie und freie Wahlen. 19. Die 22. Recht auf soziale Sicherheit. 19. Die 23. Recht auf Arbeit und Schutz der Arbeiter. 19. Die 24. Recht auf Verwohnung und Freizeit. 20. Die 25. Recht auf Essen, Unterkunft und ärztliche Versorgung. 20. Die 26. Jeder hat ein Recht auf Bildung. 20. Die 27. Kultur- und Urheberrecht. 21. Jeder hat ein Recht auf eine freie und gerechte Welt. 21. Artikel 29. Wir alle tragen Verantwortung gegenüber anderen. 21. Die 30. Niemand kannte die Menschenrechte wegnehmen. 22. Außer die Regierung, die es gerade macht, zu Corona-Zeiten. 22. Das war es zur Kurzpassung der Menschenrechte. 23. Dann bis später. 25. Dauer. 25. Dauer. 25. Dauer. 25. Dauer. 26. Dauer.